Ich lerne Deutsch. Nummer 14535 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wenn du ein Einhorn siehst, bringt es Glück und Freude in dein Leben. Wenn du ein Einhorn siehst, bringt es Glück und Freude in dein Leben. Rolf will nicht zur Prüfung gehen. Er glaubt, dass er nicht genug gelernt hat. Rolf will nicht zur Prüfung gehen. Er glaubt, dass er nicht genug gelernt hat. Mit Zuversicht im Herzen blicke ich in die Zukunft. Mit Zuversicht im Herzen blicke ich in die Zukunft. Mit Zuversicht im Herzen blicke ich in die Zukunft. Die Installation des neuen Computerprogramms war kompliziert und dauerte mehrere Stunden. Die Installation des neuen Computerprogramms war kompliziert und dauerte mehrere Stunden. Betont, dass der Installationsprozess schwierig und zeitaufwendig war, mit vielen Schritten und möglichen Problemen. Begeisterung kann uns motivieren, Neues zu lernen und zu erleben. Begeisterung kann uns motivieren, Neues zu lernen und zu erleben. Yoga bringt uns in Einklang mit uns selbst und der Welt um uns herum. Yoga bringt uns in Einklang mit uns selbst und der Welt um uns herum. Die Luftreiniger für die Klassenzimmer sind endlich da. Die Luftreiniger für die Klassenzimmer sind endlich da. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.